Ja, Simon Moser, gestern verliert man. Die Serie ist jetzt ausgleichen 2 zu 2. Wie ist die Stimmung der Mannschaft? Gestern war es natürlich etwas niedergeschlagen nach der Overtime-Miederlage. Wir sind vom 0-2 zurückgekommen. Aber heute schauen wir schon wieder vorne. Es ist eine ausgleichene Serie. Wir haben immer noch Heimvorteile. Eigentlich noch alles im Lot. Aber eben Zug holt auf 2 zu 2. Ist das Momentum jetzt vielleicht etwas bezogen? Ja, vielleicht heute schon noch gut. Aber morgen ist ein neuer Match. Ich glaube, jeder Match hat seinen eigenen Charakter. Und wir müssen schauen, dass wir das Momentum zu uns holen. Genau, morgen zu Hause. Ist es vielleicht ein Vorteil, dass wir nach dem 2 zu 2 zu 2 zu Hause auftreten? Ja, ich glaube schon. Wir haben die ganze Quali geschafft, dass wir Heimvorteile haben. Genau, für solche Situationen. Dass wir mit dem Publikum im Rücken den Sieg holen können.